Herzlich willkommen zu 50 Nüsse. 50 Jahre für Nüsse. Mit Dirk und Klaus Nüsschen. Ihr wahnsinnig. Euer Support. Hört auf. Ne, wirklich hört auf. Es nervt langsam. Ihr stört den ganzen Unterricht. Apropos, was machen wir denn heute in Folge 50? Ich dachte, wir stoßen erstmal auf dein Mikro. Cool. Mit Alkohol schon wieder trinken. Mit was stoßen wir denn an, Klaus? Zehnjährige Metallische. Andere Alternativen sind verfügbar. Also wirklich, aber das werden wir mal lassen. Wir haben am Samstag eine Feuerzangenbowle getrunken. Die haben wir auch relativ tapfer gelehrt. Ich glaube, vier Flaschen Wein und anderthalb Flaschen Rum. Wir haben jetzt aber ein gutes Rezept. Das sind fünf Flaschen Rum, fünf Flaschen Wein, zwei Flaschen Rum, zwei Zuckerhüte, zwei Zitronen, zwei, obwohl du gesagt hast, eine Zitrone würde reichen, eine Orangereich. Wie viele Sterne an Nies hast du reingekloppt? Zwei. Da müssen wir uns nicht jedes Mal so durch das Obst wuseln. Zimtstangen, wie viel hast du reingekloppt? Zwei. So, jetzt habt ihr es. Perfekt. Fünf bis sieben Nelken. Ja, und das geht richtig in die Rübe. Ihr braucht zwischendurch Bier zum Entsäuern. Nüsschen. Viele Nüsschen, selbstgebackene Kekse, sofern ihr einen Oscar in der Nähe habt, der sowas macht. Ja. Das waren, Alter, das waren Mahlzeiten in Handtellergröße. Mit weißer Schokolade gestreckt, schon im Teig. Ja, obwohl ich das hasse, ja. Ich hasse das so krass, Mann. Ich habe so keinen Bock. Ich hasse das, Mann. Ich hasse das richtig. Apropos, ich hasse das richtig. Wir haben es falsch gesagt, fällt mir auf, als ich bei YouTube. Das heißt Krassschule. Genau. Nicht Krasse Schule. Krassschule. Haben wir gesehen. Ja, Krassschule. Und wir schauen heute auch nicht Krassschule, sondern wir schauen so eine Art Zusammenfassung. Weil ich habe kurz mal was gerade in mir zusammengelogen. Das ist gut, das ist ja auch so eine Art Podcast hier. Krassschule, die jungen Lehrer. Heute wird geschaut. Das ist eine sogenannte Scripted Reality Soap. Seit 2018 läuft ihr auf RTL 2, dem Qualitätssender. Es gibt mittlerweile zwei... Das ist auch der neue Slogan, oder? RTL 2. Der Qualitätssender. Ja, da sind auf jeden Fall harte Elektrobeats im Hintergrund. Sonst kann es keiner... Klaus Interpretation von harten Elektrobeats. Auf die Zähne beißen durch. Oh, jetzt hat er den Kopfschutzbring. Ja, super. Das sind mittlerweile zwei Staffeln, 55 Episoden, a 43 Minuten pro Episode. Uh, hart. Folge 1 gab es übrigens nicht. Es fängt auf Folge 16 an im Internet. Ja, ich glaube auch... Ich glaube, es sind eher die zweite Staffel, die man so oft anfindet. Ah, okay. Also, wir verpassen den krassen Einstieg. Das ist auch für uns verwirrend und für euch wahrscheinlich doch viel mehr. Also, ich bin mal kurz über die Titel rübergeflogen und ich glaube, die erste Folge war gleich... Die Stinkeflittchen fand ich am besten. Ich fand... Was war das? Ah, schmieriger Fotograf auf dem Schulhof. Bombe, Achtung, Schüler und Supermülf. Also, echt. Also, eigentlich sind das Porn-Hum-Titel. Wie die deutschen Porn-Hum-Titel. Ja, so wie ich auch meinte, dass der eine oder andere Lehrer auch mit Sicherheit aus so einem coolen Milieu kommt. Wir sehen auch hier der Amoklauf. Ja, das haben wir schon. Plötzlich Vater. Tipps geben Mobbing. Special Tripper-Alarm finde ich gut. Als jemand, der selber Werbung für oder gegen Geschlechtskrankheiten gemacht hat. Ich kann nochmal kurz zusammenfassen. Es sind, so wie der Titel schon sagt, Lehrer hauptsächlich. Darum geht es meistens. Fünf junge Lehrer in der ersten Staffel, die alle fürs Referendariat an der fiktiven Erich-Fellbert-Gesamtschule in Köln-Portz tätig sind. Ich hoffe, Erich-Fellbert ist ein ehemaliger Intendant von RTL 2. Ich hoffe, er ist ein ehemaliger Wrestler. Ich bin Erich-Fellbert, der Intendant. Das Knackige an der ganzen Sache ist, es sind nur vier freie Stellen. Somit stehen die fünf Lehrer schon die ganze Zeit in Konkurrenzkampf. Daneben haben sie natürlich sich noch um Probleme der Schüler zu kümmern, den Unterricht mehr oder minder zu führen, untereinander ihre komischen Beziehungen zu klären. Wenn die Eltern-Schüler-Beziehungen und unter anderem, ich weiß nicht, warum die so herausgeführt wurde, besonders vermerkt wurde, geht es darum, dass eine Sarah Schäfer aus Hamburg nach Köln gekommen ist, um ihr Referendariat an dieser tollen Schule zu machen. Sie möchte damit einen Neustart nach einer Trennung vollziehen. Und ihr Ex-Verlobter will sie mega zurück. Ich konnte nicht in Erfahrung bringen, wer das produziert. Das ist das Geile, weil sonst steht das bei Vicky immer und irgendwer hat es geschafft, dass ich würde mal Ende Moll tippen. Die Erich-Fellbert-Gesamtschule. Gesamtschule hast du gesagt? Ja. In Berlin gibt es ja keine, das gibt es alles nicht mehr. Es gibt nur noch Gymnasium und integrierte Sondergastrufe. Es ist fliegt tief. Ah, in der Parallelwelt, in der es Gesamtschulen noch gibt. Schön, würde wie man so sagen. Ja, und unsere Idee war ja heute, wir schauen das, kommentieren parallel, aber ihr könnt davon nichts hören. Also ihr könnt nichts von der Folge hören, ihr könnt nur unsere Kommentare hören. Deswegen werden wir einen Countdown ausrufen, dass ihr mehr oder minder zeitgleich mit uns dann halt auf YouTube die Folge öffnet. Und dann wird dieser Podcast, diese besondere Folge, ein totales Erlebnis für euch, weil ihr dieses Ding seht und die ganze Zeit denkt, oh scheiße, wenn ihr wollt, könnt ihr uns lauter drehen und hört dann unsere Kommentare dazu. Wir zählen das auch ein. Ja, jetzt die Frage, zählen wir, sagen wir eins, zwei, drei, go? Oder sagen wir drei, zwei, drei, zwei, eins, los. Auf los geht's los quasi. Drei, zwei, eins, krass. Man könnte auch Nüsschen, Klaus, Dirk, Prost. Ja, wir überlegen uns was. Aber das Wort nach dem drei, zwei, eins zählt? Eventuell werden wir auch zwischendurch mal pausieren. Dann werden wir halt, falls wir, es sind ja glaube ich immer so fünf, sechs Minuten Dinger, falls wir das überhaupt wollen. Also falls wir uns zu sehr aufregen und damit einen wundervollen Strang von zehn Sekunden verpassen könnten, werden wir deutlich machen, dass wir gerade pausieren und ab welcher Minute wir pausieren und wie wir wieder einstehen. Aber ich glaube, durch die Folgen sollten wir durchkommen. Ja, gut. Aber es gibt Momente, wo du dich eigentlich nur aufregst. Also ich habe eine, muss ich sagen, ich habe eine angeklickt. Aber das können wir auch machen, während es weiterläuft. Ich glaube, wir verpassen nichts. Das ist das Gute an der Serie. Aber wir machen jetzt nicht Auto, wie heißt das hier, diese Autodings? Aber ihr könnt schon mal Krass Schule, die jungen Lehrer bei YouTube eingeben. Das ist für die Älteren, ist das YouTube.com. Es hat über 315.000 Abonnenten, das Ding. Ich möchte übrigens auch anfangen mit die neue Sexbombe, Folge 16. Das ist chronologisch die erste Folge, deren Zusammenfassung wir sehen können. Ich will mir ein bisschen heranziehen, weil meine, oder ich komme ein bisschen mehr zu dir, meine Augen sind ja nicht mehr die Jungs. Machen wir gleich im Fullscreen. Ja, klar, ich hoffe eh. Krass Schule, die jungen Lehrer. Also wollen wir irgendwie nochmal Revue passieren, die letzten 49 Folgen, irgendwas zu uns? Oder wollen wir einfach nur sagen? Können wir ja zwischendrin mal eine Pause machen. Ich kann ja mal sagen, um unseren Bildungsauftrag zu erfüllen, krass, kommt ja aus dem Lateinischen krass aus, was fett bedeutet. Was? Was? Nein, krass. Aber fett war doch auch zeitweise richtig gutes Wort. Als Übersetzung von krass. Von Latein-Schülern eingeführt. Wahrscheinlich. Es war doch in den 90ern irgendein Hip-Hop-Lied. Fett, so fett. Ja, richtig, richtig, richtig. Waren das nicht irgendwie fettes Brot? Wahrscheinlich, ne? Später nur noch die Brote genannt. Krass, du hast auch Teil des ersten Triumvirats gemeinsam mit Cäsar und Lepidus. So. Und auf ähnlichem Niveau machen wir weiter. Ich klicke jetzt mal auf Folge 16. Aber willst du da nicht stoppen? Stopp. Ich sag jetzt stopp. Es kommt erstmal eine Werbeanzeige. Au, au, au. Kannst du dich leiser? Ja, wir machen das leiser. Au, au, au. Wir hören auf. Wir nehmen dir den Kopfhörer erstmal ab. Oh Gott. So, nein, warte. So. So, also. Wir sind jetzt auf Folge 0. Ihr habt vielleicht die Werbeanzeige gesehen. Wir sind nicht Folge 0. Wir sind auf Folge 16. Auf Minute, Sekunde 0. Die neue Sexbombe, Folge 16, Krass, Schule. Und wir sagen am besten auf Los geht's los. Also 3, 2, 1, Los und bei Los drückt. Aber das war jetzt nur ein Test 3, 2, 1. Ja. Das nächste 3, 2, 1, Los nach diesem, das ich eben gesagt habe, zählt. Machst du schon mal Vollbild, Schatz? Aber natürlich, Maus. So. Wow, wundervoll. Also. 3, 2, 1, Los. Okay, cooles Intro. Das fängt schon mal gut an. Das ist ein bisschen animiert von so Studenten. Das ist ja okay. Eine Frau mit einem Leopardenoberteil kommt rein. Das seht ihr auch. Oh, oh, oh. Wie, du, also ihr sollst ja nicht, es ist nicht für Blinde. Ja, aber die neue Sexbombe kommt jetzt rein. Das klingt aber gerade wie in den 90ern, oder? Oh, wie sie alle reagieren. Kannst du einen Ticken? Ja. Ist das unsere Gesamtlautstärke, ne? Ja, ja, warte. Oh, jetzt mach ich auch so den Stopp, bestimmt. Wir müssen ja nicht beschreiben, wer. Cheyenne. Cheyenne, nice. Das klingt wie ein Porsche-Modell. Cheyenne-Bagma-Sanf. Was glaubst du, wie alt die alle sind? Anfang 20, würde ich sagen. Nee, ich meine, also was alle die spielen sollen. Ach so, na ja, 16 wahrscheinlich. Ja. Du meinst, es sind Anfang 20? Das ist schön, nehmt sie in eure Runde auf. Also das Geile ist auch eine ganz typische Klasse mit sechs Tischen. Ja. Also ich glaube, wir hatten damals 78 Tische oder so, aber jetzt ganz nochmal sechs Tische. Und die neue Schülerin wird persönlich vorgestellt. Von der Schulleitung, ne? Ja, absolut natürliche Situation, ja. Denn der Lehrer selber sieht halt aus wie so ein durchgefickter Ballermann-Promotyp mit einer goldenen Rolex und eine Fliegersonnenbrille in seinem... Der Lehrer ist auch nicht älter als die Schüler, möchte ich mal sagen. Und auch nicht nüchtern. Ja. Ach, es gibt auch noch so Kommentare. Ja, das ist schön. Ich habe schon nicht verstanden, warum sie für den neuen Platz gemacht hat. Oh, das finde ich geile Zwischensequenz. Kurz mal so ein Backflip vom Skateboard gezeigt. Bisschen Mucke. Jetzt sind sie offen. Lass mich raten, die Jungs finden die geil, also sympathisch, die Mädchen finden, sie ist eine Bitch und dann kommt raus, sie ist doch ganz nett. Ne, es kommt raus, dass sie Karate-Meisterin ist. Und nur auf der Schule, um ihren Meister zu rächen, weil einer der fünf Lehrer hat ihren Meister ermordet. Und sie muss herausfinden, wer. Also wir können hier nicht alles hören, wir müssen ein bisschen auch Spekulationen anstellen über das schönes, überblendetes Bild. Naja, wer wird das drehen? Also da wird kein Kameramann, jedenfalls kein Kameramann, der halt ein Studium abgeschlossen hat, da drin sein. Also das Spiel erinnert mich nicht nur von den Titeln her, sondern auch vom Spiel erinnert es mich stark an Pornos. Also ich fand es halt immer krass, wenn die Lehrer auftauchen. Spiel und Dramaturgie. Kannst du dich noch an die Abschlussklasse, ich weiß nicht, ob das Ende der 90er war, Anfang 2000 oder sowas, auf ProSieben? Ja, ich erinnere mich grob daran. So ähnlich, bloß da waren die halt, glaube ich, alle Ende 20 und hier sind die alle... Und der ist ganz schön tätowiert für jemanden, der noch in der Schule sein soll, möchte ich mal anmerken. Also ich würde mal sagen, heute ab 16 ist jeder, der cool ist in der Gesamtschule. Hat der gerade den politischen Doppelgriff gemacht? Die Hand und dann die Hand andere drauf? Ja, ja, ja. Beziehungsweise Schröder hat es gerne unter... Aber als sexy Doppelgriff. Freizeit. Völlig natürlich auch gefragt, was sind so seine Hobbys? Aber auch Freizeit, was ist doch kein Kölner Pots... Ist das irgendwie... Ja. Jetzt aus Baden... Sie stehen auch alle so natürlich in so einem offenen Dreieck mit der Kamera als Protagonist. Ah, okay. Oh, Baby. Okay, du sagst jetzt und dann fasst du ihn an. Okay, jetzt kommt der Hausmeister. Zwischen. Ja, ja. Unglaublich. Das geht auch wirklich nicht auf der letzten Klassenfahrt lief aus zwischen den beiden. Wer denn? Zwischen wem denn? Ja, ihr und Marvin. Ja, wer ist das von den dreien? Ich würde sagen, der Tattoo-Proll. Ah, stimmt. Wieso Proll? Nur weil er tätowiert ist. Nur weil er tätowiert ist und so ein dummes Cap rückwärts trickt. Was glaubst du, was die drei so sein sollen? Wie? Naja, die drei Jungs. Also ist er der Coole, weil er sieht auch nicht uncool aus. Der Surfding ist der Nerd, der hat eine Brille auf. Ja, aber ich meine, die beiden sind cool. Also ich wollte gerade die beiden. Aber er ist der Alpha-Coole. Oh ja, Baby. Zeig dir die Schule. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Die Schule sieht aber auch ein bisschen... Aus wie aus... Die sieht ein bisschen aus wie das Studio, in dem sie drehen. Ey, sie hatten drei Klassenräume, A6-Tische, mit so einer coolen Chillzone. Das ist, glaube ich, so ein ehemaliges Jugendzentrum. Das Geile ist, was fährt ihr denn da? Aber wie undankbar. Dieses komische Hoch-Runter-Ding. Ich bin als Komparsin hier. Hier, geh mal auf das Stelzenmobil. Ich sag dir, Teenager-Komparsin dort, von denen bestimmt gar nichts. Oder kriegen irgendwie 20 Euro am Tag. Würde ich auch sagen, ja. Die haben einen Billardtisch in der Schule? Das ist, ich sag dir, das ist eigentlich das Medienbüro von der Produktion, was sie leer geräumt haben. Und das soll jetzt die Schule sein. Ich meine, da ist sogar der Blue Screen im Hintergrund. Also da es, ich meine, RTL 2 ist, das wird maximal günstig produziert. Ja. Glaubst du, es gibt ein Drehbuch oder glaubst du, es gibt diese klassischen fünf, also diese kleinen Blöcke, wo sie sagen, das passiert ja für fünfzeig viel Spaß? Ich glaube, so wie sie reden, gibt es ein Drehbuch. Aber meinst du nicht so angeleitete Drehbücher? Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben Angst, dass die sonst zu sehr abweichen. Wie er jetzt gerade diese Körperspannung hatte, weil er wusste, fass mich an und zieh mich weg. Ah, und jetzt lassen sie die Blondine da einfach in Beachtung stehen. Meinst du nicht so ein bisschen, also ich würde sagen, es ist noch definitiv nicht so hochrangig, aber orientiert an Schicksal, dass man sagt von wegen, das ist der Text, aber greift ihn ganz natürlich. Ja, aber jetzt mal eine Frage. 43 Minuten ist eigentlich eine Folge. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier was verpasse. In der sechs Minuten Zusammenfassung. Und ich habe das Gefühl, ich habe recht. Oder sind das die ersten sechs Minuten? Das ist die Zusammenfassung. Ja, aber das ist doch, was haben wir denn verpasst? Was wurde denn rausgeschnitten bisher? Wow, was ist da passiert? In Acht nehmen vor was denn? Vor was denn? Ich muss sagen, die Neue ist gar nicht so hübsch, finde ich. Also ganz ehrlich finde ich zum Beispiel, die, die ein bisschen mehr drauf hat, wenn die nicht immer so bitchig gucken würde, die eh, also die, die sie mit ihren Brunetten haben, ich finde die hübscher als die so. Sie hat eine Natürlichkeit, so. Ja. Aber ich kenne einige Pornostars, die so aussehen. So, wie sie hier. Ich kann euch Namen geben. Ja, okay. Okay, das sind immer die ersten paar Minuten offensichtlich. Ja, gut. Meine Güte. Geht es jetzt automatisch weiter oder können wir kurz reden? Nee, wir können kurz reden, ja. Wir müssen drüber reden. Das war die neue Sexbombe, Folge 16, beziehungsweise angeteast wahrscheinlich. Ich gehe schon mal zurück in den Startbildschirmen von Krassschule, Krassschule. Beziehungsweise, ja, die Videos, damit wir hier gleich nahtlos weitermachen können. Ihr seid bestimmt auch gespannt, was wir als nächstes schauen. Aber es war schon, habe ich das richtig, also das eine habe ich nicht verstanden, aber sonst war es, die Neue kommt, die Mädels haben Schiss, dass die Jungs nicht geil auf sie sind. Ja. Dann hatte die Brünette, die echt krass hübsch war, ein bisschen blöde geredet hat, fand ich. Aber die hatte was mit dem gut aussehenden, tätowierten Typen, der ihr mal die Schule zeigen wollte. Nein, die hatte was auf Klassenfahrt mit ihnen. Ja, ja, meine ich ja. Ja, genau, das war die Klassenfahrt nach Oberbumseng. Aber es ist nichts Exklusives. Das Geile ist, es geht um die Lehrer. Und ich habe jetzt außer kurz mal diesen komplett durchgezechten Ex-Pornodarsteller, der halt da irgendwie den Lehrer gespielt hat, der mit seinem Tattoo und seiner Fliegersonnenbrille und, aber sonst war ja kein Auftritt der Lehrer. Das war jetzt nur die, nur die Schüler und die sich da. Ich sehe jetzt auf den Thumbnails auch vergleichsweise viele Schüler. Dafür, dass es halt die jungen Lehrer heißt. Und wir sind noch bei, was war das, Folge 16 eben? Und ich glaube erst ab Folge, achso, die sind ja fortlaufend. Ich glaube 17 oder so, das ist schon zweite Staffel. Das sind schon als zweite Staffelfolgen hier. Dass das Konzept der Serie ist, dass eigentlich die Schüler den Lehrern eine wichtige Lektion darüber erteilen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und deswegen sind eigentlich die Schüler die wahren Lehrer. Um das zu untermauern, würde ich jetzt empfehlen, Folge 31 zu sexy fürs Klassenzimmer, weil die sieht nach zu alt für Schülerinnen aus. Ich hätte ja gesagt, Schule sucht den Superstar, weil da die Brünette mit den leichten Locken drauf ist. Ja, aber du hast eben schon deine Wahl. Ja, das sage ich. Ich sage ja nur, du findest die auch heiß. Äh, du findest die heiß, meine ich. So, ich mache mal einen neuen Tab auf. Zu sexy fürs Klassenzimmer. Genau. Wo auch Werbung läuft. Nein, kommt keine Werbung. Sehr gut. Zu sexy fürs Klassenzimmer, Folge 31, krass Schule. Klaus zählt wieder ein. Ja, wir sind ja auch der Podcast, der zu sexy ist für YouTube. Ja. Ja, genau. Also wir... Nee, diesmal ziehe ich dann. Auf, los geht's los, ne? Also pass auf, geht's. Drei, zwei, eins, los. Schon wieder das Intro? Das ist ein bisschen schlampig gemacht. Du musst nicht permanent reden. Nee, das ist ein bisschen schlampig gemacht mit dem Tag. Ah. Ach, die ist Lehrerin. Ah, ich wusste es. Die mit den aufgepumpten Möpsen. Wow, was war das für eine Attacke? Ich glaube nicht. Die hat so eine zarte Kaffee-Zigaretten-Stimme, ne? Ja, aber da hätte ich... Da würde ich mich auch in Acht nehmen. Die sieht aus, ob sie gleich zuschlägt. Aber die ist auch gerade im Improvisieren. Ja. Das ist Text. Was ist denn das für eine Kleiderlänge? Aber ehrlich, also A, sieht die schon aus wie eine Porno-Darstellerin und B, mit dem Reißverschluss vorne... Wow, was steht denn da im Hintergrund? Was? Mit dem Reißverschluss vorne, auch so, als ob sie nichts drunter hat. Ja. Alle, die rauskommen, raus. Die, was? Bitte, was hat die denn? Die hat ja nichts an. Ja, da gibt es als Komparsin einen Aufschlag. Ist das eine Kollegin oder eine Schülerin? Hat die das Outfit zur Tür gewählt? Ja. Wir sind in Brasilien, Gesamtschule. Entweder Kollegin oder Direktorin. Ist das Ihre Kollegin? Ja, oder Direktorin. Nee, Direktorin war ja die Alte, die in der vorigen Folge... Ja, aber das ist ja schon 15 Folgen her. Wer weiß, was passiert ist? Das ist ein Wutausbruch. Cooler Mut. Also, wenn man Wutausbruch spielt, nimmt ein Heft, wirft es hoch und dann fängt es wieder auf. Aber guck mal, die Mädels sind doch alle... Also, Entschuldigung. Ja, und jetzt spielen sie Schubkarre im Klassenzimmer, klassische Gesamtschule. Oh ja, High Ten. Was ist denn? Erdkunde! Also, im Ernsthaft, die ist doch sonst auf Pornhub unterwegs. Aber er ist wieder cool und sagt nix. Ja. Aber das sind jetzt ein paar Folgen nach der Sexbombe, ne? Ja. Und die Sexbombe ist nicht mehr da. Nee. Oder ist sie das hinten in Rot? Ich glaube nicht. Nein, ich... Kommt irgendwie ein fremdes Mädchen, ist alles abgeklärt? Super, meinetwegen. Ja, ist doch alles abgeklärt. Wow, wow, weißt du was? Es ist die gleiche Folge wie vorher. Es kommt wieder eine neue Sexie und er ist wieder geil auf die. Ach, guck mal, das ist die. Doch. Sie sitzt da ganz alleine. Ja, gut, ist die Frage, ob sie ihren Meister rächen konnte oder nicht. Ich würde sagen, sie ist halt einfach schon zwei Wochen alt. Das ist dann nicht mehr interessant für die Jungs. Ja. Oder es hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich Transgender ist. Wow. Ist das sowas wie Transformers? Ja. Okay, jetzt sieht sie zu bitchig aus. Eben dachte ich, dir wäre hübsch. Ich wollte sagen, nicht bitchig genug, aber okay. Sag mal, du hast doch auch... Haben die ungefähr solche Outfits gehabt bei dir in der Schule? Nee, nicht annähernd. Alter, das ist ja maximal. Ich meine, so zieht man sich vielleicht in Köln an. Der mit der Brille sieht ein bisschen aus wie jemand, den ich kenne. Das sind zwei Worte. Bist du Lehrerin geworden oder was? Ja, jetzt ist sie gleich wieder wütend und schmeißt das Klassenbuch in die Luft. Hat er gerade zum Statement die Brille abgenommen? Ja, richtig. Und ich finde, er sieht besser aus. Wie geht sie jetzt weg als Erste, als Lehrerin? Ja. Wartet sie nicht noch, dass irgendwie nicht... Das kann ich dir sagen. Als Lehrer musst du froh sein, wenn du überlebst. Meinst du die... Meint er jetzt die Hauptstadt von der Ersufführung? Die Hauptstadt von der Ersufführung. Okay, ja. Ah, super. Ja. Würde ich auch sagen. Spricht er von seinem Penis? Ja. Aber das stand nicht so im Text. Mann, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber das sieht aus, als ob wir das kurz vor Drehschluss noch gemacht haben. Alter, guck dir den Block da an. Sechs am Krökeltisch. Aber der ist auch ordentlich am Pumpen. Ja, ja. Der sieht ein bisschen aus wie der Lehrling von Tim Wiesel. Voll. Jessica Götten hier. Also, wir haben jetzt einmal den Handlungsstrang mit der Lehrerin gesehen. Jetzt ist der B-Plot die Handlung aus Folge 16. Alter, aber guck mal, die sind alle auf... Die machen alle Handeltraining, oder? Ja. Und die sind alle Anfang 20. Super lustig. Ja. Aber ich muss sagen, gerade für dieses Assi-Verhalten hat das Sechsergespann gerade echt nicht so schlecht funktioniert, wie manch Dreiergespräche. Ja. Also, angeführt war dieser fette Pumper, der einfach nur immer gelacht hat, der eklig war. Und ich glaube, der hat halt sich selber gespielt. Aber das hat funkt, also mehr oder minder. Ja, der hat so ein bisschen, hat auch was von, so einer Mischung aus Kristall und Mario Barth. Ja, ja, stimmt. Ihn aufgepumpt. Weil er soll jetzt irgendwie total verliebt, schmerzhaft irgendwie leiden. Man sieht halt tief in seinen Bauchnabel rein. Also, am realistischsten ist gerade die Komparsin, die hinten sitzt und auf dem Handy rumspielt. Und maximal keinen Bock hat. Ja, genau. Aber ich habe keinen Bock, ey. Ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Das sind aber geile Haare. Das muss man sagen. Ja, das ist auch geile Friese, ne? Krass, Schule. Das war die Klassenfahrt nach Bummsing. Von wem sprich ich jetzt? Immer noch von der gelockten Curly-Dame? Würde ich sagen, ja. Aber das ist so ein ewiger Plot. Ja, die sind der Ross und Rachel der Serie. Der Dr. Elliot und Dr. Reed. Mulder und Scully. Kann das sein, er arbeitet gern mit den Schultern. So ein Schulter-Counter einbauen. Das hätte ich jetzt auch so gesagt. Der Text sieht aus, als ob die das immer... Wow, Zucker und Energy. Das ist die kleine Pause. Das ist realistisch. Okay. Morgens, teilweise, hauen die sich drei Energy-Dosen rein. Oh, ein Park, wo süße Jungs sind. Immer süße Jungs. Wollen wir da auch mal hingehen? Auf jeden Fall. Sie hat krasse Haare. Krass Haare links. Ja, das stimmt schon. Cool. Die ist immer so ein bisschen misstrauisch. Ich wollte gerade sagen, die ist immer... Das ist egal, wer da kommt. Die ist der Joe Gerner der Serie. Ich meine, die andere ist ja jetzt auch noch in der Klasse, die blonde Sexbombe. Und die ist komplett traurig, alleine. Ja. Jetzt ist der. Aber die muss Valium nehmen. Aber wirklich, weil dein Marvin eher auf... Wow, wie sie gerade es erkannt hat, super gespielt. Oh, ein bisschen hohl. Ansonsten sind ja alle die reinsten Goethes und Schillers auf dieser Schule. Ich finde Mosaik ganz schön im Hintergrund. Das ist doch halt einfach mal, ey. Da ist das mit krassen Haaren hier dabei. Genau, jetzt zeigt wieder Bilder von Berlin. Ja, ich muss weg. Ich muss ein VoiceOver für die Kamera machen. Sie sind kein Paar, aber trotzdem, Marvin, gehört ihr. Sind das Lehrer? Sind das Lehrer? Ja, hat die gerade, weil sie ihre Hupen so nach unten ziehen, ihren Muffin runtergeschmissen? Jetzt schmeißt du gleich wieder das Lehrerbuch hoch. Ja. Sind das die vier Lehrer? Fünf Lehrer, vier Stellen. Ja. Aber wo ist der fünfte Lehrer? Wer ist denn das? Ja, das finde ich aber auch. Das ist der Kiff. Das ist der Porno-Lehrer. Okay. Also, die in dem grünen Kleid findet schon was, wage ich zu behaupten. Wink. Und das ist bestimmt die, die Blonde soll bestimmt die aus Hamburg sein. Die Sarah Schäfer. Ah ja. Oh, das war zur rechten Zeit. Steinmeier. Also eine... Ja, wenigstens wird der Gag erklärt. Ja, ZZ sagt doch keiner mehr. Deine Mutter lag auf dem Boden. Kurz. Ich finde gut, dass die Lehrer bockiger sind als die Spieler. Alter. Also von dem weiblichen finde ich sie am krassesten, am prolligsten. Und von dem männlichen fand ich den mit dem Jurassic Park. Ja, den FDP-Squash-Proll. So genervter... Ach nee, den fandest du am prolligsten. Ich fand den anderen krasser. Nee, der ist von der Optik am prolligsten gewesen. Aber ich fand den eben, der war wie so ein genervter Kiffer. Und man hat ihn gerade geweckt. Der so halb über den Tisch lag. Das habe ich immer früher gerne gemacht in der Schule. Halb über den Tisch liegen. So, das so ein bisschen markieren. So, das ist mein Territorium. Und so, ah, jetzt wirklich, tut mir so leid. Wo soll ich jetzt schlafen? Und nichts. Okay, warte mal. Ist jetzt Referendariat. Du versuchst hier so ein bisschen Lehrer zu mimen. Wahnsinn. Aber sie ist halt echt... Aber sie ist anführend. Sie ist von der Energie anführend gewesen. Hat das Ganze echt gezogen. Am besten für mich. Dieser Folge war definitiv ihr Ausbruch. Bah! Und dann Heft hochschmeißen, wieder auffangen. Spekulieren, wie die Folge ausgeht. Zu sexy fürs Klassenzimmer. Was meinst du, wie es ausgeht? Wir haben zwei Handlungsstränge, ja. Wir haben das mit dem sexy grünen Kleid. Ja. Aber es ist ja, okay, von einer Schülerin initiiert, aber jetzt ist es bis zu Direx hochgegangen. Ich glaube, die Schülerin... Also meinst du, deswegen ist sie jetzt bei Direktoren? Die Schülerin wird von der Lehrerin beraten, was für sexy Kleider sie anziehen soll. Und sie hat dann was mit Marvin. Und dann ist der Handlungsstrang aufgelöst. Ist ja nochmal Marvin. Marvin ist der, der was mit hier, wie auch immer die andere heißt auf Klassenzimmern. Oberbumsing, ja. Ah, okay. Und der andere Handlungsstrang wird damit aufgelöst, dass rauskommt, dass die Cousine gar nicht aus Berlin kommt, sondern eigentlich aus Köln-Nippes und nur angibt. Und die ganzen Fotos von Berlin hat sie bei Wikipedia rausgesucht. Wow. So, und damit ist sie auch nicht mehr cool. Ich hätte jetzt gedacht, zum Schluss trägt sie so ganz straighte Klamotten wie ein hautengen Stiftrock und eine ganz enge Bluse. Und dann wird sie mit einer Lehrerin verwechselt. Nein, nein, nein. Ich meine die Lehrerin. Ah, okay. Ah, du meinst... Und dann mit Brille. So, weißt du, dass du das denkst von irgendwas ist das... Ja. Oder sie zieht dann ein Kleid, was noch enger und noch kürzer ist an. Aber dann darf der Maffe nicht mehr runter sein. Aber rot. Und dann stellt sich raus, die Schülerin mag nur kein Grün. Und deswegen haben sie sich beschwert. Okay. Aber dann ist sie permanent aggressiv, weil wir ja vorhin gesehen haben, dass alle Türen grün sind. Beziehungsweise in der Brasilien-Gesamtschule. Ja. Wie heißt sie nochmal? Ach, die Werner-Schulze-Erdel-Gesamtschule. Das ist, glaube ich, dicht dran. Erich Felbert. Ja. Erich Felbert-Gesamtschule. Ja, cool. Also, ich finde es schade, dass sie halt auch in dieser... Also, dass es leider keine Zusammenfassung ist. Weil es wäre ganz cool, wenn die halt kurz das Thema in drei Sekunden aufreißen, dann ein paar Szenen zeigen und dann in zwei Sekunden sagen, so ist... Weil die echt immer nur von wegen Fragen, Fragen, Fragen. Ich kann einfach sagen, ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich dachte. Es ist schon schlimm, aber es ist nicht der absolute Horror-Abfuck. Okay, ich hatte eine Folge, die ich noch ein bisschen kenne. Die würde ich dann dir mal zeigen und mal fragen, wie ist das? Nein, aber ich finde, es ist halt ätzend. Aber jetzt im Vergleich zu so ständigem Unterschichten-Fernsehen, wo sich alle nur die ganze Zeit so unscripted anschauen, die sagen zumindest einigermaßen normale Sätze schlecht in die Kamera. Ja, also ich glaube, das ist halt der Fall, dass man irgendwie gemerkt hat, dass man mit denen halt schon Textarbeit machen kann. Aber du merkst halt auch, dass sie dann immer vom Weg abgehen. Also, dass es schnell zu ihren Worten wird. Also, vor allem die Lehrerin. Da habe ich gedacht, die ist oft halt sehr, okay, das soll ich sagen, die Richtung mache ich. Und das hörst du bei diesen ganzen Kindern, dass die dann halt immer, sag mal wirklich, muss das denn jetzt so sein? Oder die Reaktion auf, weiß nicht. Also, am besten für mich hat dann halt dieses Proll-Gehabe von den Jungs beim Krökeln. Das hat am besten für mich funktioniert. Einfach nur, weil da war ganz klar von wegen, ihr macht die nieder. Und da fühlen die sich dann halt auch generell in der kleinen, also sie fühlen sich, glaube ich, alle als Stars, alle als Schauspieler, fühlen sich in der Gruppe, glaube ich, einfach gut, wenn sie sagen, ja, ich kann den platt machen. Und das hat mit diesem Proll-Kfz-Mechaniker, der nebenbei jetzt das drehen darf, super geklappt. Also, das fand ich halt, ja. Ah, bitte, kann ich einen Tag frei haben in meiner Ausbildung? Ich habe eine Sprechrolle bei Krass Schule. Das heißt Krass Schule? Nein, 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 es ist wirklich Krass Schule. Eieieiei, ja, das ist schon. Ja, ist schon ein Ausforderndes Genre. Okay, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. So, was haben wir denn hier? Also, Schule sucht den Super-Style, hätte ich ja vorgeschlagen. Was haben wir jetzt, nachdem wir sehen, wie Bitch die eigentlich aussieht? Diagnose Magersucht. Ich würde ja gerne mal irgendwas, was dicht dran ist, wo man weiß, was ist vorher passiert oder was danach. Oder vielleicht hat es ja gar nichts mit dabei zu tun. Ja, ich bin hier bei Maskierter Mann entwürzt Schülerin. Davon lasse ich mich nicht abbringen. Ja, gut. OMG, wir sind sprachlos, 100.000. Das Aschenputtel-Experiment. Der Schulball, das ist ja krass ein bisschen. Ich bin ja auch ein Ballsport-Fan. Also eigentlich, Fisch in der Unterhose. So, jetzt haben wir es doch. Nein, warte, Entschuldigung. Fisch in der Unterhose muss warten. Fisch in der Unterhose muss warten. Für das Stinke-Flittchen. Folge 24. Krass Schule, Folge 24. Was hatten wir vor? Die 16 und den 31. So, gucken wir mal. Stinke-Flittchen. Einmal die nächste Werbeinzeige drauf. 24. Okay, also wir fangen an in... Willst du wieder einzählen? Soll ich? Bitte. Drei, zwei, eins. Los! Also ich kann mal sagen, ein besserer Grafik-Designer hätte den Computer auf den Büchern auf eine andere Ebene gelegt. Dann wäre das nicht betroffen. Wow, TKG-Anfang. Dann hätte man so ein bisschen... Und sie ist wieder alleine. Was ist denn mit der? Die hat doch gar nichts gemacht. Also ich meine... Und die Dicke hat immer so ein entzündetes Gesicht. Ja. Man sieht ja... Oha. Oh, das wäre fast ein Outtake gewesen. Das sah unabsichtig aus. Heieiei. Ja, die hat ordentlich Schultern. Ich habe jetzt gerade gedacht... Möpse? Ich habe eigentlich gedacht, die Haare sind ganz schön... Schön. Was ist mit der jetzt los? Weiß ich nicht. Ist das die Lehrerin oder Schülerin? Ist das Köln? Ist das... Das ist definitiv der Rhein. Ist das die Lehrerin? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ah, okay. Also was ist passiert? Ja, die verfolgen die. Ja, ja. Aber was glaubst du, warum? Ja, warum? Ist das mal wieder eine neue, die irgendwas Mysterious an die Schule... Ja, das stimmt. Und die hat das Bernsteinzimmer gefunden. Kann man da geh, bitte du auch raus. Ich würde sowieso sagen... Verzeiht euch doch. Jetzt ist die doch eh schon weg, während ihr hier dumm rumdiskutiert. Das Geile ist, die Grundhaltung von Gesprächen ist immer... Alter, warum bist du denn so drauf? Also entweder hat die euch gehört, oder sie ist weg. Also nichts ist auch unauffälliger als eine Gruppe von 24-jährigen Mädchen, die Schülerinnen sein sollen, die jemanden verfolgen. Ah, und jetzt nimmt einer eine Pause für ein Voice-Over. Rosa und Carmen. Candy! Rosa, Carmen, Candy. Köln ist auch eine wunderschöne Stadt, wo man sie wegbombt. Wunderlicher Strand. Ich will da hin. Ja. Okay. Ja, ist gut. Können wir weitermachen mit der Folge? Naja, eigentlich müssten sie ja mehr zeigen, als dass die jetzt 10 Sekunden ankommt. Ich glaube nicht, dass Köln am Meer liegt. Das ist die Leere mit dem kurzen grünen Kleid. Ah, an der Stimme erkannt. Ich hätte sie sonst nicht erkannt. Die hat aber schon so eine Pornostimme. Geil, Mitch Buchanan. Ei, ei, ei. Und ananieren. Hat die nicht gewartet auf ihn, oder? Es gibt irgendeine amerikanische Schauspielerin, die so aussieht wie die. 40 Millionen Pornodarstellerinnen? Ja, ja, ja. Aber zu denen. Ja, natürlich, doch. Ich bin noch nicht. Sie ist noch nicht gedehnt, Mann. Meine Güte. Das ist wie mit vollem Magen ins Wasser. Sie hat noch nicht. Oh nein, jetzt sind ihre Schienbeine nass. Oh, das heißt abgekühlt, Krampf, Magnesium. Unglaublich. Nichts sieht. Ja, solange keiner ertrinkt und der Chef das nicht sieht. Hat der irgendwas mit der Schule zu tun? Das ist einfach nur so ein Lifeguard-Typ. Oha. Jetzt gibt's Beef. Ja. Hat sie gesagt, heu, heu. Kann es sein, dass sie versucht, die Tage richtig schnell runterzureißen beim Dreh? Die spricht so schnell, das ist so stressig. Kann ich hier nicht verübeln, ehrlich gesagt. Schöne Octacopter, wollte ich gerade sagen. Drohnenfahrt. Ja. Habt ihr sie jetzt verfolgt, oder ist sie? Sie hat so eine geile Stimme. Oh mein Gott, was glaubst du, was sie jetzt sehen? Drogen, die dealt mit Drogen. Sie ist obdachlos? Nein. Oh ja, vielleicht ist sie krass obdachlos. Wer ist das? Es ist eine neue Schülerin oder eine Lehrerin, die sie verfolgen? Warum sind die Luftballons? Mann, weißt du was? Ich glaube, Carmen lebt hier. Ja. Oh, der kennt es. Oh Gott, die wäscht sich jetzt im Rhein. Ach du Scheiß. Ja. Gott weiße Streifen, Klaus. Ja. Das ist doch gar nicht mehr in. Ja, dann zieh dir was anständiges an. Ja. Krass. Weil sie braune Bananen isst. Ja. Ach, dann wollten sie rausfinden, warum sie so stinkt. Ah, und deswegen sind sie ja nachgegangen. Ah, die haben sie gelästert, dass sie so stinkt. Und jetzt wäscht sie sich im Rhein und stirbt dabei. Und dann müssen sie den Mord vertuschen. Ach, Klaus, nicht. Das wäre schlimm. Und sie ist wieder eine neue? Und sie treibt dann hier im Strandbad an. Oh, und die ist gar nicht gedehnt, muss trotzdem rein. Ja. Versucht sie zu befreien und kriegt aber einen Krampf. Oh Mann, ey. Und sie hätte die Banane, die man eben gesehen hat, essen können, damit sie keinen Krampf... Können wir gleich ausmachen. Wir haben die Folge entschlüsselt. Echt jetzt? Echt. Echt. Ja, ja, ja. Und hier, jetzt ist auch Sarah da. Das ist die andere Lehrerin. Das ist die mit den Tattoos und dem Nasenring. Woher kennst du sie denn? Ja, die saß am Tisch in der anderen Folge. Echt? Ja, ja, schon. Aber die haben eine schöne Ruheport-Mundart, ne? War René auch Lehrer? Ah, ach so. Ja, 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 ja. Immer diese Durchsagen, das ist ein bisschen wie bei Faust, Stimme von oben. So sagst du nie tschüss zu mir. Ah, ja, oh ja, Baby, zeigt ihn. Also das ist was Beste. Rettungsschwung hat schon ein geiler Job. Die Mälde zicken mich an wegen mir. Oh ja. Ich würde sagen, der Darsteller ist halt auch nicht klüger als das Skript. Das ist das Beste, was ich je gelesen habe, dieses Skript, als dann die Obdachlose von den Bananen gerettet wird. Ich musste so lachen, ich will. Ja, ist richtig gut, Mann, ist richtig gut. Ja, wie habe ich gesagt, 50 Euro am Tag, krass viel Geld. Boah, sie wird von einem Basketball-Wrestler angegriffen. Ja, ja. Ah, jetzt kommt sie jetzt zur Hilfe. Oh Gott, was machen sie? Schmeißen sie mit Stein nach ihm? Spraydose, Fotos? Warte, sie wirft ihr Handy nach ihm. Oh Gott. Oh, er hat Angst, weil... Krasser Gangster. Ja, aber er hat ja auch das T-Shirt unter dem... Oh, jetzt hat er auch noch so eine... Und ein Maurer-Ausschnitt. Tatsächlich hat sie gefilmt, wie geil. Der ist Level 50 Paladin in World of Warcraft. Oh. Ja, ja. Aber Make-up hat sie. Und geklettete Haare. Ja. Das muss man morgens erstmal hinkriegen. Unter der Brücke sich Haare gläten. Das ist richtig hart. Ja. Ja, gut, leider wissen wir nicht. Wir haben es euch ja erzählt. Also ich glaube, die Folge müssen wir auch nicht mehr zusammenfassen. Ah, das ist ja krass. Das ist klar, ne? Das ist jetzt... Aber ich fand es geil, wie sie zum Schluss quasi ihr ganzes Leben runtergebrochen hat, um zu erklären, dass sie obdachlos ist. Ich habe total Stress. Das fand ich... Also ich würde wahrscheinlich jetzt, wenn du einen Obdachlosen fragst, der würde ähnlich sagen, dass er Stress hat. Ach, ich habe so einen Stress, Mann. Ich muss mich Make-up machen morgens, ich habe nichts zu essen. Jetzt hat Nerd aus World of Warcraft, der mal Basketball gespielt hat, meine Sachen geklaut. Und ich wollte mich nur um reinwaschen. Und ich bin so am Glätten, Mann. Ja. Da kommt auch der Spruch, ich bin im Reinen mit mir. So gut. Das war hier... Ne, warte mal. Hier? Ja. Ja. Nein. Cool. Das war das letzte Mal, dass Dirk das Touchpad benutzen durfte. Gründer-Launch. Ja, so. Ich bin dran. Ja, ich sag doch. Ich scroll doch hier nochmal langsam durch. Ja, wir suchen uns jetzt noch eine Folge aus, vielleicht was thematisch passt oder thematisch gar nicht passt oder dicht dran ist oder weit weg ist. Man weiß das alles nicht. Es ist alles ein bisschen enigmatisch, ehrlich gesagt. Also ich möchte jetzt mal richtig Action, deswegen wähle ich Schülerin. Wow. Ah, Werbung ist okay, ist okay. Das kriegen wir hin. Muss man... Ja, wie ist es so? Und jetzt hier gleich Stopp. Und ich mache auch Null. Und wenn es auch Sekunde Null. Wir sind jetzt bei Folge 49, Schülerin in Gefahr. Folge 49. Uh. Ihr könnt ja zwischendurch einfach pausieren. Oder euren Kopf gegen die Wand schlagen oder was auch immer ihr macht. Ne, ich meine, falls wir zu schnell sind mit dem Starten, dass man halt sagt, von wegen, ich will es halt raus. Ey, ich will es aus. Ja, wollen wir einfach... Schülerin in Gefahr. Da, das war ja eigentlich schon eben Schülerin in Gefahr. Hatten wir, wir hatten jetzt bis... Es war bis jetzt schon immer so mehr oder minder chronologisch, ne? Also wir hätten jetzt nicht irgendwie Folge 16, Folge 2, sondern wir sind schon immer... Ne, ich bin einmal zurückgegangen. Echt? Für das Stinkeflättchen. Das war eben... Ja, das musste ich einfach sagen. Welche Folge war das eben? 24. Achso, es war zwischen der ersten... 16, 31, 24. Ah, okay. Das ist auch unser Code für den Save, in dem unser Podcast Geld geleitet wird. Vielleicht solltet ihr auch die Zahlen aufschreiben und die mal tippen. Ich glaube, der Jackpot ist gerade bei 10 Millionen oder sowas. Oder Super 6 oder was. Vielleicht könnte das was bringen. Ja, so. Also 49. Ja. Ich darf es nicht anfassen. Klaus macht das wieder. Und wir schauen in 3, 2, 1, los. Oh ja. Jarek, Jelli... Ist das Xervenaydu? Okay, ja. Okay, krass, krass Situation. Irgendwie ein älterer Herr, ich würde sagen, auch natürlich ein Lehrer, weil es im grünen Bauwagen ist, deswegen grün ist auch Schüler. Ein blinder Schüler. Und das ist ein junger Lehrer. Ist das ein Lehrer? Ist das kein Schüler? Ich dachte, das war der Typ eben mit dem... War das nicht dann mit dem... Der stand doch am Kicker. Was machte der blinde Xervenaydu da? Und warum redet er so? Warum redet er so? Okay, Chiara wurde entführt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass den Blinden wählen. Diese Spannungsmusik ist auch super. Ach, Mann, ey. Ah, jetzt holt der Blinde... Meine Güte, ey. Was meinst du? Ist der... Schüler wirklich blind? Er macht es ziemlich gut. Ist der Mann in dem Bauwagen allein oder ist der da mit einer Schülerin? Ja, ist er mit einer Schülerin, mit Chiara. Ach, mit Chiara, mit Frau Ohoven. Ja, dein Stock. Was ist der? Der kann doch jetzt einfach rausrennen. Der ist ein 16-jähriges Mädchen. Aber bleib erst mal stehen und sag der Kamera Bescheid. Naja, also irgendwie muss er ja seine Gedanken teilen. Ja. Ich mag diese drei überhängenden Blocks da. Ich fand das geil, wie der den Blinden gespielt hat, dass er irgendwann so tief gegangen ist, als ob er so einen Metalldetektor hat. Coole Hose. Ich mag dieses ausgeblendete Schild da an der Ecke. Die haben wirklich keine Kosten und Müden gescheut. Oh, ich glaube, sie hat gerade die Serie zusammengefasst für ihn. Ich versuche das zu klären und du bist fürs gute Aussehen zuständig. Ja, so wie wir. Das stimmt. Ja. Sie ist auch Lehrerin, ne? Also dafür, dass ich... Ich... Gut, gleich das Logikloch geklärt. Yakuza. Ah. Die machen doch ihre Recherche. Das ist doch bestimmt der, der Chiara entführt hat. Oh, krass. Ah. Näh. Ich... Langsam... Die Spur verdichtet sich. Gott. Oder sie ist die Hamburgerin, oder? Mit dem coolen Buddha bei den Fischen. Möglich, ja. Dann ist das... Ah, der ist eigentlich Tattoo-Künstler und Lehrer jetzt geworden. Naja, nebenbei Lehrer. Naja. So wie du. Und das ist Sarah Schäfer. Cool. Belabert und lagert. Ja. Was glaubst du, stand im Drehbuch? Belabert oder belagert? Belabger. Ich glaube, das eine hat er noch nachgeführt, weil er gemerkt hat, scheiße, aber ist ja egal. Funktioniert auf jeden Fall. Der war vorher hier. Cool, ja. Wirklich? Nur weil sie weiß, dass er zuerst da war und... Ja. Ah. Was war seine Schuld? Die haben ein Foto gemacht von dem Tattoo und er hat das Tattoo. Wahrscheinlich bei einem Banküberfall oder so. Oh Gott, der hat einen neuen Blindenstock. Was macht er denn da? Sie hat einen Feuer. Vor allem das Gute ist, der Blinde steht am Fenster. Der kann sich jetzt einfach zur Tür rausschleißen. Ja, aber das weiß ja der Mann da drin nicht. Beziehungsweise hat der drin die Live-Show. Der muss die ja moderieren. Ne sage! Also die ist mit Abstand gerade die lustigste Folge. Das ist vor allem, das ist ein Bauwagen, das ist die Tür ja nun maximal einfach aufzutreten. Ja. Tischtennisball, er will einen rauchen? Hol jetzt sofort einen Tischtennisball und eine Alufolie. Ey, das ist ein Blinder MacGyver, ich sag dir. Ein Blinder MacGyver. Wieso lag denn da ein Tischtennisball? Ja, warum liegt da hinten Stroh? Ja. Okay. Jetzt hat er, der Tisch ist mir statisch aufgeladen. Mann, jetzt geh schnell zum Supermarkt und hol Alufolie, das hat ja Eile. Hör auf mit der Kamera zu reden, das ist eine Eile. Okay. Ah, jetzt findet er heraus, wo Norden ist. Weil der Ball jetzt statisch aufgeladen ist und die Energie geht über in. Aber was hilft es Ihnen zu wissen, wo Norden ist? Ja, weil die Polizei macht im Norden Pause. Ah. Ja. Du wusstest dich gar nicht. Guter, du warst auch bei den Pfadfindern in Köln. Ja. Hallo, wir sind doch beides ehemalig im Ruhr pathetisch gewesen. Was soll der jetzt? Ach, das ist jetzt eine Bombe. Ja, okay. Er hat jetzt den Ball gerieben. Ja, richtig. Gedrückt in die Folie und packt ihn jetzt da rein und jetzt entzündet sich der Ball. Der Ball ist jetzt wie eine Blendgranate. So ist er auch blind geworden, deswegen weiß er das. Ach so. Okay, jetzt zündet es an und dann gibt es so eine, die sind gezwungen dazu. Ja, das ist immer gut, den Geiselleber mit der Geisel zusammen mit Rauch einzuschließen. Ich habe vorhin schon gedacht, sie können den Wagen einfach anzünden, aber ausräuchern ist natürlich viel geiler. Ja, ja, ja. Ja. Und dann? Die Kameras in der anderen Richtung. Oh Gott, der spielt so gut blind, dass er daneben spricht. Aber er hat sich sogar nochmal gedreht, voll gut. Ja. Aber was ist dann, wollen sie ihn da mit einer Schaufel erschlagen oder was ist denn der Plan? Na ja, erstmal Chiara befreien. Das ist das Wichtigste, dass Chiara sicher ist. Das ist jetzt einen schönen Namen. Ach du Scheiße. Ich finde es gut, dass dieses schöne Altbaugebäude, dieses hässliche Neubau, äh, hässliche Neubau. Hast du gerade gesehen? Er hat den gemacht. Finger auf Lippen. Ja, das mache ich auch gerne. Ja. Oh mein Gott. Ja. Die Tür war offen. Jetzt haben sie... Alter, der kann Kampfkunst. Guck mal, wie ich den Pulli angefasse. Was? Er ist ein derbes Schwein? Ja. Aber der hat einen geilen Ohrring, Mann. Ich wollte gerade sagen, er hat zwei, aber was hat der denn links da drin? Ja. Hast du gerade gemerkt, dass sie nicht hochgucken konnte, weil sie lachen musste über den Text? Ja. Bob, das hat jetzt... Also es wird kein Nachspiel, sondern ein richtiges Nachspiel. Ja. Kennst du die Nachspiele? Ja. Das mal richtig. Ja. Das Nachspiel zum Nachspiel. Oh meine Güte. Ja. Er hat fünf Sterne. Ja gut, dann wird die Folge auch beendet. Was wird passieren? Ich glaube, das war das Ende der Folge. Naja, sie hat gesagt, entweder du gehst zur Polizei oder was wird passieren, Klaus? Okay. Der Geiselnehmer. Was für ein Geiselnehmer? Er hat vier Jahre als Geiselhardt in dem anderen Plot. In dem anderen Plot. Nee, aber du hast das doch eben fast verstanden. Ich hab's ja gar nicht verstanden. Aber was hat dieser Junge mit einem anderen Jungen denn gemacht? Er hat einen anderen Jungen dazu gezwungen, sich das Tattoo seines Lehrers stechen zu lassen und ein Foto gestellt, in dem der andere Junge sich an ihm sexuell vergeht, um der Direktorin zu sagen, es war sein Lehrer, der sich sexuell an ihm vergangen hat, mit diesem sexy Tribal Tattoo, was die Red Hot Chili Peppers verworfen hatten als Entwurf. Okay, aber warum ist Sarah Schäfer, also seine Kollegin, plötzlich da am Start? Ach, weil sie beweisen will, dass sie die einzige Lehrerin im ganzen Klassenzimmer, im ganzen Lehrerzimmer, die sich an ihren Schülern vergeht. Das ist ein Ruf, den es zu verteidigen gilt. Aber ich muss sagen, der Part mit dem, ich sag mal, Kidnapper und dem wundervoll gespielten Blinden, also ich glaube, der ist wirklich blind. Ja. Und ich glaube, der mag Ray Charles und Xavier Nadu, weil der hat auch gerne gelächelt. Das fand ich sehr gut, das fand ich sehr, sehr lustig. Ich glaube ja, an dem Teil stellt sich raus, das ist kein Kidnapper, sondern der Vater von Chiara und die wohnen da. Und es war knapp 18 Uhr und um 18 Uhr ist immer Mittag, Armbrot. Und der hat Angst vor Blinden. Deswegen hat er sich in seinem Wagen mit blickdichten Holzverkleidungen vor den Fenstern verschanzt. Gleich wird es ein Satz, habe ich gedacht. Ja, eventuell ist der ja auch so ein bisschen, ist da so ein bisschen Fable von Löwenzahn mit drin. Bloß halt, ja, nicht wissen, was drin passiert. Also ich meine, eine komplette Dunkelkammer. Ja. Vielleicht, vielleicht hat er ja auch gerade Fotos. Ist er Fotograf. Genau. Ja, vielleicht war da auch gerade mit dem Entwickeln. Ja, mit Chiara und die brauchen ihre Ruhe. Wow. Und man weiß ja auch, bis die Fixiererlösung eingezogen ist, darfst du ja die Fotos nicht. Das stimmt. Ja, meine Güte. Haben wir die Folge auch entschlüsselt? Haben wir da noch Zeit für eine weitere Folge? Dann hat jeder drei, nee. Jeder noch eine? Was hältst du davon? So langsam kann ich nicht mehr. So langsam hat es mich doch jetzt erwischt. Das ist schwierig, ne? Also jeder noch eine. Was hältst du davon? Jeder noch einen kleinen Whisky und jeder noch eine Folge? Dann würde ich aber Ben Bracken. Ja. Der ist ein bisschen milder. Ja. Ich merke, dass er mit meinem Körper sich noch erinnert an Samstag. Schau derweil mal, was denn hier. Bin ich eigentlich dran oder ist der Klaus dran? Äh, nee, du hast Schilderin in Gefahr ausgesucht. Jeder hat es jetzt. Ich habe jetzt noch eine und dann lasst du noch eine. Ich kann hier meine Finger. Es ist so langsam. Geh mal einfach mal ein Glas. Das ist ein bisschen das Sitzende. Ich gebe dir ja dein Glas. Das hört mich richtig auf. Ich habe gerade ausgewählt. Danke. Ja, du hast die ausgewählt. Wie machst du das? Ich streiche mit zwei Fingern nach links. Machst du das immer so? Meistens. Also bei anderen Sachen auch? So auf Büchern oder so, wenn ich eine Seite zurückblättern möchte. Cool. Ja, Tripper-Alarm klingt schon ziemlich gut. Ich habe hier überlegt, mal so ein Special anzuschauen, weil die bauen ja so ein bisschen oder ein bisschen wenig aufeinander auf. Wie lange schauen die denn schon? Dreiviertelstunde oder so. Was? Was? Ich glaube, es hackt. Ich kann mal gucken, wie lange die. Wir sind bei 51 Minuten. Passt schon, wenn die Folge ein bisschen länger wird. Das ist ja auch die Folge 50. Der Love-Doktor. Die besten Anmachsprüche. Das ist ein Special. Das können wir ja vielleicht außerhalb der beiden Folgen privat sehen. Ja, das ist ja auch nur drei Minuten lang. The Dome. Ja, dann machen wir das mal an und dann gucken wir mal bei den Folgen nochmal rein. Du möchtest die besten Anmachsprüche. Nee, das zählen wir jetzt mal als ausgewählt von uns beiden, oder? Ja. Oh ja, Sex nach Hilfe von einer Milf. Das ist jetzt meine Folge. Möchtest du die jetzt privat oder jetzt? Sex nach Hilfe von einer Milf. Ich hoffe, der Begriff Milf wird noch geklärt. Ja, das hoffe ich doch auch. Oh, die sieht ein bisschen transgender aus. Ja, ich habe auch gerade gedacht. Ja gut, aber das ist viel Style. Die kennt sich aus mit Männern. Oder der. Okay, was geht los? Ja, es geht gleich los. Gucken wir mal, bevor die Werbung läuft. Die haben wir ein bisschen geklärt. So, also. Drei, zwei. Achso. Folge 53. Sex nach Hilfe von einer Milf. Krass, Schule. Drei, zwei, eins. Los. Ich bin jetzt schon gespannt. Also, wir können jetzt davon ausgehen, dass jemand in Sex erstmal durchgefallen ist. Deswegen Sex Nachhilfe braucht. Stimmt. Natürlich. Der Nerd. Ja. Ganz klar. Das hast du von Anfang gesagt, dass er das ist. Oh. Das ist bestimmt. Das ist Stiflers Mom. Ja. Aber eben ganz, ganz schlimm. Ja. Ist die nüchtern? Alter, bist du nicht erledigt? Um Himmels Willen, ey. Also, ich glaube, der Junge... Ist das ein Kondom, wo ihre Adresse draufsteht? Alter. Ich würde sagen, der Schauspieler, der Junge, der hatte original Angst in der Szene, oder? Es ist auch sexuelle Belästigung, wenn die Frau älter ist und der Junge minderjährig. Möchte ich hier nochmal klären an der Stelle. Die Frau muss ich... Was ist denn mit dem los, ey? Der hat Sprachfehler. Die Jota, die Mutter von Annette. Das ist voll Stifler-Geschichte. Ja. Und er ist der... Wie heißt der Typ? Das war ja auch der Nerd, der die Stifler gekriegt hat. Stiflers Mom gekriegt hat. Finch. Das ist der Finch-Master. Ja. Krass, ey. Ich hätte niemals gedacht, dass es so ist. Die, ich möchte mal anmerken, der Rotton, seine Jacke passt nicht zu dem Rotton des Halstuchers. Wir haben unterm Strich, ich würde sagen, eine Verabredung. Ich glaube, auf dem Strich. Ihre Mutter? Ja. Ist das die heiße Neue? Die zweite heiße Neue. Echt? Also es ist nicht die Sexbombe. Ja. Sondern die, die zu Besuch war aus Berlin. Dann kommt die zweite heiße Neue doch nicht aus Berlin. Ich sagte, das war der Twist. Ja, die ist gerade zu Besuch und jetzt plötzlich... Immer noch? 30 Folgen später? Ich glaube nicht. Alter, finde. Kein Bruch kann der spielen. Nur lesen. Ja. Das war... Okay, der kann auch kein Skateboard bedienen. Die können auch alle nicht tanzen, die da tanzen. Das wäre echt das Besuch. Na, das weiß ich nicht bei denen. Der Spächer wird mit TCH geschrieben. Böttcher. Komm mal cool in den Raum. Mit deinem... Ist der Chemielehrer? Nein, der ist Hausmeister und Lifeguard. Ah, okay. Verstehe. Werden die alle mit Sprachfehler da eingestellt? Ja, ja. Ansprechpartnerin. Cool. Atmen. Ja, ja. Oder ist er Stand-up-Comedian? Ha. Das ist seine Figur? Ja. Der Dummproll im Hausmeisterkittel? Warte, und sie ist Chemielehrerin und mischt ihm einen Sex-Trank, damit er seinen Mojo zurückbekommt. Einfach? Mehr Senf. Ich finde das schon ein bisschen sexy. Oder zieh den Kittel aus im Bett. Wäre mein Tipp. Er hätte ja immer noch drunter einen Pulli. Ja. Recht hatte. Vielleicht soll er recht studieren. Erl, du ziehst die Hose aus beim Sex? Wie kriegst du die über die Schuhe? Sprechen. Das könnte auch am Schnurrbart liegen. Und dann mal Draht. Ah, was du gesagt hast. Kittel aus. Ja. Was hat der denn bitte für Arme? Alter. Das ist doch ein anderer. Ach so. Aber die sehen ja alle gleich aus. Der hat erst... Ja, das ist ein anderer. Der hat voll das zarte Gesicht. Aber... Guck dir mal die Schultern an. Guck dir die Haare an. Guck dir, wie die Haare sitzen. Na, aber schuldig. Aber der hat ja... Ja, der ist Mathelehrer. Was meinst du, wie das ist, so ein paar Kurvendiskussionen in... Ah, der biegt? ...auf Linie zu biegen. Der hat dann so ein Stahlrohr und zeigt dann die Perbel, indem er sie biegt. Was ist das? Ich weiß nicht. Die steigt viel steiler gehen und endlich, Herr Kläumeier. Alter. Das Geile ist, dass deine Stimme hat so ein 17-Jähriger. Was für ein Gag. Also ich hoffe, den habt ihr gehört und nicht zu sehr uns gelauscht. Warum haben die Frauen alle so eine Kaffee-Zigaretten-Stimme? Die hat ja die gleiche Stimme wie die Dame, die zu viel Brust hat oder zu wenig Textil. Ja. So. Oder was? Deswegen bin ich mal kurz aus dem Raum gegangen, mitten im Gespräch und rede mit der Kamera, weil ich da spontan bin. Naja, das hat er auch, genau. Das sind immer diese Aufnahmen von diesem Fußfetischisten, der immer filmt, was die Schülerinnen und Schüler vorher machen. Sag mal, kann das sein, dass es mit der Milf überhaupt nichts passiert? Das ist wieder nur so ein... Und aus den sechs Tischen wurden jetzt zwei Gruppentische. Ja. Das ist bestimmt die größte Klasse. Die haben auch keinen einzigen Schüler mit Migrationshintergrund. Noch die eine dunkelhäutige Schülerin. Ja. Also eine in der ganzen Klasse und der Rest redet einfach so, als ob sie Deutsch als Drittsprache gelernt haben. Ja, weil der Lehrer es ja vorgibt. Ja. Dass die Sache ist, die können alle Klaas ist Hochdeutsch. Meinen Schwanz in sie reinstecken möchte. Entschuldigung, ich paraphrasiere. Knallgas sogar. Was ist das für ein Schwanz? Einfach so eine Frise, ey. Leningrad-Cowboys, alles kommt zurück. Die Knallgas-Probe, erinnerst du dich nicht mehr? Chemieunterricht? Ja, ja. Aber ich glaube, er hat eine neue. Warte mal, ist das die neue? Die Sexbombe vom allerersten Teil? Ich glaube, das ist die Sexbombe vom allerersten Teil, ja. Ja. Weißt du, was mein Problem früher war? Seins. Zu viel Gel. Oder was auch immer das an Haarprodukten ist. Zu wenig Gel, würde ich sagen. Weißt du, ich habe eine krasse Waffe in meiner Hose. Ich meine meinen Penis. Das schreibt sich voll alleine hier. Ja. Das wäre jetzt so lustig, wenn die Kamera runterschwenken würde und sie daneben sitzt. Hat er Chance oder Schwanz gesagt? Vielleicht habe ich dann noch einen Schwanz bei ihr. Wer weiß das schon. Also, das war jetzt meine letzte Folge. Ich habe gesagt, das war Sexnachhilfe von einer Milf. Wir sind immer noch nicht schlauer, was die Sexnachhilfe ist, ob die Milf ein Mann oder eine Frau ist. Ja, genau. Das machen wir wieder zur... Aber das war eigentlich der krasseste Moment, weil die Person, sage ich jetzt mal, war voll drauf. Also, wenn es nicht Weißweinschorle war, dann halt irgendwie Koksbuffet oder sowas. Das war der Hammer. Oder? Also, die war jetzt nicht nüchtern. Ich frage es, ob die das so spielen sollte oder nicht. Nee, die hatte halt das zu sagen und dann... Wahnsinn. Was denn? Das sitzt nicht richtig, wenn das nicht aufliegt. Was liegt denn? Wenn das MacBook nicht aufliegt und das kein Druck auf der Batterie, dann sitzt das Touchpad nicht richtig. Ich bin doch jetzt am wählen dran. Ja, deswegen sage ich, scroll doch nochmal hier durch. Stinkefrei. Finde ich ja wieder gut. Das gucke ich mir in meiner Freizeit an. So, hier. Da haben wir sie nämlich, die Mutter. Was ist hier? Ah, wir haben wieder Werbung. Sehr gut, haben wir noch kurz ein bisschen... Und zwar schauen wir jetzt einfach mal zurück, denn da ist meines Erachtens die Frau schon mal aufgetaucht. Folge 19, die verhüllte Schülerin. Oh, das ist also die Folge, in der Christo seinen berühmten Gast auftritt hatte. War unser erstes nicht Folge 16? Ja. Ich weiß nicht, ob das darauf aufbaut. Ich würde mal tippen, nein. Schauen wir einfach mal. Erzähl uns einen, Dirk. 3, 2, 1, los. Ach, die jungen Lehrer. Coole Schnitzel. Schöne Aufnahmen von Köln. Wenn es Köln ist. Ah, wieder die. Das ist diese Lehrerin, die macht jetzt einen Hausbesuch, weil entweder, weil eines ihrer Schülerinnen komisch ist. Ich glaube, die trägt ihr Kleid ein bisschen zu tief, weil die Möpse fallen ja fast raus, aber die Knöchel sind verhüllt. Aber ganz schön eingequetscht. Das ist irgendwie so ein Tube-Dingsbums. Und ganz, ganz zarte Asikrallen hat sie. Ihre Haare auch ganz leicht blond, platin gefärbt. Zwei Farben, daran erkennt man immer das Bildungsdoratum. Das ist, glaube ich, die vorhin gesagt hat, ey, du Bitch, zu der einen Lehrerin. Ja. Und sie ist grundlegend pissig. Ja. Und sie kann Augen drehen. Ja, ja, ja. Also wie sie guckt. Ja. Generell gut, wenn Lehrer ihre Schüler nach Hause verfolgen. Jetzt wollen sie erst mal rauchen. Und jetzt räumt sie hinten die Bude aus, während sie mit der Kamera redet. Schönes Möbelhausdesign. Also wild. BVB. Nee, was ist da im Hintergrund? Borussia Mönchengladbach. Aber ganz dicht dran. Ja. Ehrlich, das geht gar nicht. Grundlage ist Schule. Ja. Deswegen war sie so aggressiv und hat wahrscheinlich die angepisst. Ah. Das paut bestimmt aufeinander auf. Sie hat gar nichts gegen Möpse, aber zu Hause hat sie immer so viel Möpse. Ja. Ja. Was ist denn da im Hintergrund? Ah. Das ist die Tochter von der Milf. Und die hat neun. Okay. Nein, nein, Jutta ist die Mutter von der Milf. Oder ist die Mutter von Jutta die Milf? Das ist doch die Jutta. Nee, das ist Annette. Die hat doch die Haare nur kurz geschnitten. Aber die hat doch einen anderen Namen als in der Folge. Ist doch scheißegal. Naja, irgendwas anderes steckt da noch hinter. Oh meine, ach du meine Güte. Es hat einen weiteren Auftritt. Ja. Und der ist total besorgt, weil der noch die Socken anhat. Nee, das ist ne andere Milf. Das ist doch genau die. Nee. Das ist die doch. Um Himmels Willen. Meinst du, die könnte operiert sein? Wow. Ja. Schlechte Nutten, würde ich sagen. Ja. Ich, äh. Gut, ne? Weil ihre Extensions rauswachsen. Äh, die, ihr Casting lief auch so, ob das sie gesagt hat, aber Sprechrolle kostet extra. Alter, was war denn das Ziel bei der OP? Okay. Ja, ne, das, äh, aha. Selber merken. Die hat auf jeden Fall einen leichten Dialekt, würde ich sagen. Ja, sie sieht auf jeden Fall sehr süddeutsch aus. Ja, das, äh, das ist... Das finde ich ein bisschen gruselig. Und bis sie 18 ist, bin ich die Erziehungsberechtigte. Wenn ich sage, die Möps werden größer, werden die Möps größer. Urzhaft ist. Das ist ein, äh, super, super Oberteilspruch übrigens für, ähm, stillende Mütter. Nice. Wo kommt das her? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, wegen des Borussia Mönchengladbach-Plakats. Gar nicht, war das ja gar nicht nicht so gemeint. Alter Finne, ey. Du. Hm, hm. Na. Oh, mir, die, kann sie noch blinzeln? Ja, da war einer. Die hat, glaube ich, gerade gelächelt. Hm. Alter. Aber mein Partner ist Lehrer in ihrer Schule. Das ist ein bisschen tut dir mir ja schon leid, ne? Oh, guck mal, jetzt lächelt sie. Oh Gott. Schön, dass das geklärt ist. Sind das natürliche Haare? So natürlich wie die Lippen. Alter. Würdest du auch gerne mal wissen, wie die früher aussah? Nee. Also einfach nur Neugier? Ja, schon, ja. Typer, Typer, Typer reden. Ja, ein cooler Kleiderhaken mit den Fischgräten. Finde ich lustig hier. Ja. Das ist ganz lustig. Jetzt wollte sie eine neue Figur spielen. Aber die hat, also die ist richtig erschreckend, finde ich, vom Gesicht her. Hatte sie eben auch die Tattoos da am Arm? Ja, ja, ja. Ja, wie hieß die Folge jetzt? Verhüllte Schülerin. Verhüllte Schülerin, ja. Ja, gut, ich verstehe nicht, wie sie das auf 43 Minuten aufblasen konnten. Wahrscheinlich noch dieses Gespräch. Aufblasen ist schlecht. Aber da kann ich es voll verstehen im Titel. Also mein Knaller war immer noch die Folge in einem Bauwagen. Wie hieß das nochmal? Im Vierte Schülerin. Schüler in Gefahr? Schülerin in Gefahr. Schülerin in Gefahr. Chiara. Die muss ich dann vielleicht nochmal irgendwo mir streamen oder so. Ich glaube, auf YouPorn sind die alle frei verfügbar. Ja, da habe ich auch. Aber das war eben, und du meinst nicht, dass das die Milf von der anderen Folge war? Nee, 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 nee. Aber dann ist es gruselig. Nenntes war, die andere Schülerin war Annette, also die jetzt in der Folge, es war Annette und die andere Milf war die Mutter von Jutta. Aber meinst du wirklich, dass das auch fallen würde? Ich meine, zieh die in die gleichen Klamotten wie die andere ran und lass die Sonnbrille. Gib ihr vor eine Flasche Korn und dann, ja. Ja, gutes Argument eigentlich, aber ich glaube schon. Das war hart. Ja, das war schon alles hier, ne, in Maßen, in denen man das in Köln regelmäßig sieht. Alter, gut. Köln halt, ne. Die assigste aller deutschen Städte, das letzte Loch an der Autobahn. Da möchte niemand tot über dem Zaun hängen. Unprätentiös, hier ist es immer. Ja, so kann man es auch sagen. Willst du, äh, wollen wir noch schnell die... Ja komm, bringen wir das hinter uns und dann kann man vielleicht noch kurz ein bisschen reden. Das zieht schon runter. Eigentlich bin ich auch schon ganz schön leer, ja. Die besten Anmachsprüche. Also wenn ihr wirklich alle mitgemacht habt, gut ab. Ich weiß nicht, ob das die Autoren der Serie sind, die jetzt sind, oder ist das die Sexbombe, die da dazwischen sind? Der war vorhin am Kicker. Der auch am Kicker? Ja, genau, die waren beide am Kicker. Weiß nicht. Warte, warte, warte. Ja, ich muss, ich wollte schon anfangen. Wir sind jetzt auf Null. Die besten Anmachsprüche, Sprüche, Special-Krass-Schule oder die Schule ist diesmal Special-Krass. Ja. Das überlasse ich euch. Also, drei, zwei, eins, ab geht da, der Peter! Ja, so. Also wir müssen jetzt auch ein bisschen zuhören, aber wir geben das alles wieder, wenn ihr nur das hört, Arz-Audio. Ja. Cool. Ja. Was? Was? Warum knistert es zwischen uns? Ach, so. Mördergut. Gibt es auch Schafe einstellen? Nee. Ja. Ja. Den fand ich los. Ja, ich habe es schon verstanden, aber ich verstehe nicht, warum. Ich nehme mich abzuschleppen. Alter, finde ich, ey. Ja, aber deswegen hat er doch nachgefragt. Ja. Ist das die Sexbombe, oder? Na, aber er konnte doch gar nicht, also. Müsst du das nicht die Frau zum Mann sagen? Weil, vielleicht hat er Strap-on-Vagina dabei. Ach nee, da müsste ich ein Strap-on-Penis. Ja, könnte man machen. Ja. Nee. Ja. Er hat auch eine schöne Asi-Bräune, ne? Was? Ich habe schon geredet. Hast du 50 Cent für mich? Ich lade dich morgen zum Essen ein. Den habe ich nicht verstanden. Das ist, Ziel ist, die Frau muss so verwirrt sein, dass sie einfach weint und du sie mitnehmen kannst. Aha. Du hast voll die schöne Seele. Aber zuerst ist gerade nur deine Titten. Ja. Ja. Zum Beispiel in deiner Vagina. Ich verstehe die akustisch immer gerne. Ich habe so einen trockenen Mund, hast du vielleicht eine nasse Zunge? Ah, okay. Aber der liebt es. Der Kollege rechts außen, der liebt seine Position. Ah, lustig, die Outtakes. Ja. Nein, haben wir. Wir schneiden das Loch raus. Hey, hier ist Clem Fandango. Kannst du mich hören? Nein, ich kann nicht hören. Clem Fandango. Also ich muss sagen, ich finde ihn, glaube ich, am besten. Gerade jetzt nochmal habe ich gesagt, was man bei dem auf jeden Fall merkt, der liebt den Scheiß. Der liebt seine Position, der liebt, dass er da ist. Der liebt, glaube ich, dieses kleine Startum. Der guckt das auch in seiner Freizeit. Ja, ja. Der weiß, wann die ausgestrahlt werden. Der hat bestimmt Instagram. Also ich werde versuchen, ob man das nachher rauskriegt. Na, egal. Wir suchen die alle mal auf Instagram und folgen ihnen. Also wenn ihr uns einfach folgt, dann findet ihr die auch. Ja. Aber sonst ist, also und wir haben, nur nicht mal Zusammenfassung, wir haben irgendwelche komischen Sechs-Minuten-Teaser angezündet, würde ich gerade sagen. Wie viel haben wir jetzt gesehen? Sechs? Sechs. Oder acht? Sechs. Sechs und diese coolen Sprüche. Ich war total erschrocken eigentlich von den Älteren immer. Also von den Pseudo-Lehrer-Leuten. Die, die sind ja auch nur drei, vier Jahre älter als die Schüler. Ja. Aber die fand ich halt echt schlimmer. Weil die Schüler waren immer konsequent so assi und hatten ja auch nicht eine andere Rolle zu spielen. Ja. Aber wenn halt die eine, ja komm mal, jetzt ist Erdkunde und regt sich auf und Mann, Becher, schreib mal mit CH. Oh, Micha, du bist so ein Stocher. Nicht mit SCH. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst, du Spass. Mann, ich war ein Stocher. Geiler Auftritt von dem Typen mit den Armen. Mann, diese piepsige Stimme, diesen kleinen Kopf und dann einfach zwei Beine, die ihm da aus der Schulter raushängen. Max. Max überraschend spontan sind meine zweiten Namen. Ich heiße Max überraschend spontan. Cool, Max. Das werde ich ihr noch zeigen. Max überraschend spontan von Klöte. Von Klöterich. Ja, wunderschön. Also das ist schon, das ist schon hart. Ich bin seelisch auch ein bisschen erschöpft. Ich bin definitiv fertig. Also für die 50. Folge habe ich gedacht, wäre es mehr so ein Genießen und sich kaputt lachen. Ich muss halt einmal nur lachen als dieser Blinde. Das war ja Wahnsinn, als er da mit der Regenrinne versucht hat, die Tür aufzusperren oder das. Das war super. Mann, der ist blind. Ja, gut. Das erwartest du. Aber wie er dann halt auch den Stock in der zweiten Einstellung tief gehalten hat, als ob normalerweise der Hund den Stock hält. Das war auch super. Ne, normal ist es an einem Stock eine Kamera, mit der er Frauen unter dem Rock filmt. Ach so. Ah, stimmt. Na und den Stock hat normalerweise der Hund dann im Mund. Ja, ich weiß nicht, ob es die, die gibt es bestimmt irgendwo im Netz zu finden. Die ganzen Folgen? Ja, das machen wir auch mal die komplett. Für Folge 100. Warte, die müsstest du ja dann eigentlich auf... RTL2.de? Ne, TV Now. Das ist ja quasi die Mediathek von der ganzen RTL Group. Ich habe auch TV Now Anzeigen gesehen am Ende der Folgen. Na dann, finden wir sie bestimmt da. Ja, theoretisch. Nein, wir gucken das alle artig als Hausaufgabe. Ja, genau. Ja, Klaus. Ja, Tirk. Ich kann nur sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, weiter so. Wir sind immer fresh am Start, am Stuggi. Am Stiggi. Ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen fertig von den zwei Scotches und den Folgen. Das geht ganz schön auf die Form insgesamt. Ich würde sagen, wir machen aber so vorbereitet und spontan lustig und kreativ. Spontan überraschend sind meine zweiten Vornamen. Klaus, spontan überraschend. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt die, so ein Rückblick von den letzten 49 Folgen... Also besser als krass Schule? Stimmt. Wir sind aber auch dichter dran am Skript. Stimmt auch. Ja. Wir sind auch ein visuelles Medium. Ja. Das stimmt, sonst hätten wir ja keinen YouTube-Kanal. Haben wir eigentlich auch mittlerweile über 300.000 Abonnenten? Ja. Die sind die gleichen, die auch krass Schule abonniert haben. Größtenteils. Okay. Ach, das war ja auch so eine Anfrage, eine freundliche Anfrage von denen, ne? Ja. Könnt ihr das mal machen? Ja. Also wir sind aber nicht gesponsert. Also wir machen das nur, weil es auch... Wir glauben da wirklich dran ist. Voll was sind die gesponsert? Krass Schule ist unser Format. Nein, wir. Wir sind nicht nur krass Schule gesponsert. Was ich auch interessant fand, also eigentlich ganz gut, um den Stoff rüberzubringen oder was auch immer die... Wahrscheinlich Stoff wirklich. Rüberbringen wollten, dass halt maximal gibt es sechs Tische im Klassenraum und wenn mal richtig was ansteht, dann gibt es halt mal zwei Gruppentische. Also eigentlich sind die Lehrer jetzt nicht so überfordert. Also wenn ich überlege, es war so ein bisschen wie deine Schulzeit, also deine Lehrerzeit vor kurzem. Ja. Da hattest du ja deine sieben Schüler, glaube ich, ne? Ja. Ja, sechs. Mehr hatten die im Endeffekt ja auch nicht. Mehr haben die nicht angesprochen. Mehr kannst du auch nicht unterrichten heutzutage. Die sind ja alles Smartphone gewöhnt. Hatte die auch einen Krökel und einen Beertisch? Ja, da haben wir in den Pausen diskutiert über den Unterrichtsstoff. Ja, das sollte man echt überall einführen. Oder vielleicht einfach eine Bowlingbahn oder sowas, wenn wir runterkommen. Ja, weiß ja nicht. Oder ein Paintballfeld oder so. Ja, das stimmt. Können die Kinder mal live Fortnite spielen. Die Fischfolge fand ich auch super, wie sie so ein bisschen an TKG sich orientiert haben. Nee, das war nicht die Fischfolge, das war das Stinkeflättchen. Naja, meine ich ja. Fisch in der Unterhose haben wir nicht gesehen. Achso, ich dachte, das hieß irgendwas mit Fisch. Nee, 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 nee. Okay. Das Stinkeflättchen, wie sie dann halt irgendwie schön. Das finde ich ja gut, dass auch nachdem sie wissen, dass sie obdachlos ist, nennen sie sie immer noch Stinkeflättchen. Naja, sie hat ja selber gesagt, sie hat Stress. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Ja. Ja. Wo können denn unsere vielen Fans uns finden? Wir sind auf iTunes als für Nüsse mit Dürk und Klaus. Wir sind überall auf allen Podcast-Apps. Ich habe gar nicht meinen Satz. Auf allen Podcast-Apps sind wir für Nüsse mit Dürk und Klaus. Und auf Snitcher. Das zähle ich als Podcast-App, aber ist in Ordnung. Achso. Snitcher heißt es auch. Sag ich doch. Sag ich doch. Wir sind auch auf YouTube als für Nüsse mit Dürk und Klaus. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Nee, wollte ich ja gerade sagen. Dann ist ja alles klar. Abonniert die Glocke und klingelt an einem Kanal. Auf für Nüssepod.com. Das ist eine Website. Schreibt Kommentare. Da über die sind wir gehostet. Und? Für Nüssegmail.com, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, oder at für Nüssepod auf Twitter. Ja. Ich würde sagen, auf die nächsten 50 Jahre, ne? Ja, ich kann schon echt nicht mehr. Ich finde auch, weil der Scotch mich gerade tierisch müde macht und auch ein bisschen betrunken. Ja, man sagt ja auch, das Leben ist die krasseste Schule. Sagt man dir, das Leben ist die krasseste Schule? Stimmt, habe ich falsch verstanden. Bist du auch nicht mehr so ganz da, finde ich. Nee, bis dann. Hast du schon mal frisch ausgesehen. So fühle ich mich auch. Dann passt ja alles. Kommt gut in die Woche. Tschüss. Tschüss.